Hier haben wir die Gruppe Montel von Billy Schillig. Ein sehr fester Sitzkomfort, ein äußerst angenehmer, robuster Stoff und die Möglichkeit eine Kopfstütze einzuschieben. Sie sehen, eine sehr großzügig gestaltete Landschaft. Ich kann mich also komplett lang machen. Ja, ein wunderschönes Stück. Da lohnt sich schon fast der Stoff abzuziehen. Kauf mich. Klick, klick, klick.